Wir sind am Ende des ersten Tages des siebten Corporate Learning Camps hier in Frankfurt und stehen gerade vor dem schönen Gebäude der Frankfurt University of Applied Science. Ich frage einfach mal in die Runde, was war so das Bewegendste heute oder das, was am meisten beeindruckt hat? Wie war das bei dir? Bei mir war das, dass ich gelernt habe, dass Working Out Loud auch ohne Twitter funktioniert. Das heißt, du warst an der Working Out Loud Session. Hast du mit Working Out Loud vorher schon zu tun gehabt oder ist es dein erster Kontakt mit Working Out Loud gewesen? Also ich habe Working Out Loud durch dich kennengelernt, weil ich habe ja den Muck mitgemacht und habe sozusagen dadurch den Zugang bekommen, aber habe mich doch ein, zwei Sessions lang gefragt, was das eigentlich soll. Also wofür ist das gut? Und war dann froh, dass ich heute noch mal in der Session drin war, wo das Thema noch mal aufgegriffen wurde und ich dann einfach noch mal gelernt habe, ja, da gibt es auch PDFs zu den einzelnen Sessions, da kann man bestimmte Fragen stellen, man kann sich stark an das Curriculum halten, man kann aber auch davon weggehen. Und eigentlich geht es ja darum, dass man sich in einem vertraulichen Rahmen über Dinge unterhält, wo man sich selbst weiterentwickeln möchte. Und dafür findet man dann eben einfach auch Menschen, die ähnliche Interessen haben und man lernt vielleicht auch so ein bisschen was darüber, was die anderen Leute ausmacht und was die Probleme von den anderen sind. Was ich interessant fand, war, dass auf einmal Haruki Murakami erwähnt wurde. Dein Sohn hat ja diese Session durchgeführt. Und da dachte ich mir, Murakami, den kenne ich doch. Meinen die jetzt diesen japanischen Schriftsteller oder ist das jemand anders? Dann fiel der Name John Stepper, der das wohl erfunden hat. Dann wurde irgendwie gesagt, ja, das gibt es aber schon seit den 30er Jahren. Und dann ist mir noch eingefallen, weil ich mich zurzeit seit zwei, drei Jahren relativ stark mit der Theory U beschäftige, also mit Otto Schamer, dass der ja auch ähnliche Aspekte so in seinem Werk hat. Und da habe ich mich gefragt, sind die drei eigentlich befreundet? Leben die noch? Also lebt John Stepper eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Also ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen, was jetzt diese drei Menschen betrifft und werde da weiter meine Learnings haben. Ja, schön. Danke für dein Statement. Ja, gerne. Ich gehe einfach mal weiter. Ja, ich bin zum ersten Mal da und ich bin da wegen der agilen Entwicklung, weil ich da beruflich tätig bin. Ich fand es total spannend, über Konzepte mit anderen Praktikern zu reden, in welchen Bereichen agile Entwicklung jetzt auch angedacht ist, Personalentwicklung und in anderen Bereichen. Aber am besten hat mir eigentlich gefallen, ohne Herz und Emotionen, Kommt es nicht im Kopf an und da können wir machen, was wir wollen. Das bleibt immer noch das Wichtigste. Ja, eine Session, wo ich das Gefühl habe, so mit Herz, Seele, Verstand zu diskutieren, mein Wissen zu teilen und das, was zurückkam und was ich mit den anderen diskutiert habe, dass das einfach so fruchtbar war und so viel Spaß gemacht hat, in so einem freien Feld mal zu diskutieren. Das fand ich total schön. Hat Spaß gemacht. Danke. Und bei dir? Gibt es auch ein interessantes Erlebnis heute? Ja, nicht nur so ein Erlebnis. Also ich fand es eigentlich doch interessant, dass die Fragestellungen, mit denen wir uns hier alle beschäftigen, noch sehr ähnlich sind. Wie nehme ich eigentlich auch die Leute mit? Und Digitalisierung, das ist alles E-Learning, das ist alles nicht isoliert zu sehen, sondern ich muss das immer im Kontext betrachten. Und das andere ist, was ich heute auch nochmal wieder gelernt habe, was ich bestätigt habe im Barcamp, also mir haben die Sessions am besten gefallen, wo echt eine ganz klare, spezifische Fragestellung da war. Je allgemeiner, desto globaler bliebst und oberflächlicher. Und es hat einfach zu viel Zeit gekostet, um überhaupt eine Diskussionsstruktur zu entwickeln. Also von daher die Sessions, wo wirklich eine ganz klare Fragestellung und spezifisch war, die waren für mich am wertvollsten. Welche Session hatte so eine klare Struktur aus deiner Sicht heute? Das war zum Beispiel das Barcamp auf eine virtuelle Struktur übertragen. Und das war auch die Session, wo Katja gerade drüber gesprochen hat, weil da konnten wir richtig schön einsteigen, beitragen, austauschen. Und da ging es auch in die Tiefe. Okay, schönen Dank und weiter schöne Erfolge morgen. Ja, Dankeschön. Also ich glaube, das Spannendste war für heute, die Leute aus dem Mookathon persönlich kennenzulernen, mit Themen direkt vernetzen zu können und sofort mit einem Anknüpfungspunkt zu starten ins Gespräch. Und das verbunden mit den Sessions selber war für mich ein voller Erfolg heute. Der Mix der einzelnen Sessions, also ein Stück weit der Wissenserwerb, aber insbesondere auch das Netzwerken. Ihr habt mich ja dazu gebracht, im Mookathon einen Twitter-Account zu eröffnen. Und jetzt ist es wirklich schön, die Leute auch mal persönlich kennenzulernen und die Gesichter live neben sich zu sehen und zu diskutieren. War toll, danke. Danke. Volkmar, wie war es bei dir? Ja, es war tatsächlich auch wieder die Erfahrung, persönlich zum Beispiel meine beiden Mitglieder aus dem WOL-Zirkel kennenzulernen und ich hoffe auf den dritten gleich auch noch. Und was ich auffällig fand, ist ein Thema, was ich selber ja auch heute als Hashtag mitgebracht habe, das Thema Werte. Spielt ganz häufig in ganz vielen Zusammenhängen hier auch eine Rolle. Und das finde ich äußerst spannend, dass das jetzt allmählich ins Bewusstsein kommt, eben auch in so einer Corporate Learning Community. Also die Vielfalt der Themen ist aus meiner Sicht auf keine anderen Veranstaltungen so weit gegeben und vor allen Dingen, dass auch nur Themen besprochen werden, die auch wirklich ein Mindestmaß an Personen interessieren. Das ist bei vielen Konferenzen nicht der Fall. Da ist man dann nur präsent, hat viel Geld bezahlt und hier ist es so, es wird nur das besprochen und man muss auch nur an dem teilnehmen, was einen selber interessiert. Ich finde, es ist also interessant auch zu sehen, dass eine total spannende Mischung von Teilnehmern da ist. Also von jung bis alt ist alles dabei. Oder bis reif. Alt ist also, finde ich, ein nicht passender Begriff dazu in der Richtung. Und auch mit vielseitigen Interessen dabei in der Richtung. Und zudem auch trotz alledem zu erkennen, dass vieles, was hier berichtet wird und viel diskutiert wird, letztlich nichts Neues ist. Es wird allerdings mit Neuem neu verpackt. Also insofern, aber was wiederum gut ist, das Neue Verpackte regt zur Diskussion an. Also was für mich besonders interessant war, war eben die Sorgen oder die Wahrnehmung von Unternehmen, was jetzt E-Learning angeht, also was neuere Angebote angeht, aber auch durchaus was einfach bestehende, schon etablierte Technologien angeht, wie die implementiert werden. Also Stichwort ist, wer bietet E-Learning an, keiner nutzt, es gibt immer noch keine Antwort darauf zum Beispiel. Und aber auch dann neue Sachen wie zum Beispiel Virtual Reality, dass man das erstmal als eine tolle Technologie empfindet, aber doch wieder Fragen hat. Und dass es da auch eben kurzfristig keine Antwort darauf gibt, also dass dieser Spannungsbogen immer noch existiert. Und das nach so langer Zeit, wo es jetzt E-Learning, also seit über 20 Jahren eigentlich schon gibt, das fand ich interessant. Also was mir persönlich hängen geblieben ist, ist das Thema Working Out Loud, wo ich doch sehr stark interessiert bin, das auch bei uns mal auszuprobieren. Es geht sowieso alles über Ausprobieren, einfach mal testen, um zu gucken, passt das, ist es sinnvoll, wie kann man es umsetzen, wie kann man es einsetzen. Also es waren spannende Diskussionen, zum Teil sehr emotional, das war sehr interessant. Und wir hatten interessante Themen, so etwas wie agiles Management in der Personalentwicklung, wurde auch kontrovers diskutiert. Also daher, ich glaube, man kriegt ein gutes Gefühl, was sind so eigentlich gerade die Knackpunkte. Und das ist toll und wenn man noch die ein oder andere Kenntnis mitnimmt, ist es spannend. Also es war schon sehr inspirierend und ich freue mich auf morgen. Und bei dir, was bleibt dir in Erinnerung von heute? Mir bleibt in Erinnerung vor allem der erste Teil von Simon zum Thema Podcasting. Sehr interessante Einführung, sehr viel Information, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, da auch ein bisschen mehr zu machen zukünftig. Ja, ich muss sagen, es war spannend, in verschiedensten Sessions unterschiedliche Perspektiven auf gewisse Dinge zu betrachten. Ich muss aber auch sagen, dass wir mittlerweile mehr über Tools, Systeme und Konzepte sprechen, als uns mal Gedanken darüber zu machen oder wieder zurück zu besinnen, wie der Mensch eigentlich lernt. Dass mal wieder vor die Schule zu gehen, zu gucken, wie lernt, wie habe ich denn als Kind, das heißt wirklich als neugeborener Mensch, gelernt. Und wenn wir da den Fokus mal wieder darauf legen würden, dann würden wir auch weniger quatschen und mehr handeln, würde ich mal sagen. Ja, also zuallererst, ich werde einen Twitter-Account anlegen. Okay, also das war der Erfolg der Missionierung, geglückt. Und die zweite Sache war Erkenntnisse von Machine Learning. Ich bin sehr erleichtert, die Menschheit wird noch gebraucht. Also Machine Learning ist noch nicht so weit, wie ich befürchtet hatte. Zumindest die kreative Seite der Menschheit wird auch in Zukunft gebraucht. Und so insgesamt finde ich das sehr gut, sehr gelungen. Ich würde vorschlagen, man soll mal über die Einführung einer Veteranenmedaille nachdenken. Ja, ich habe so verschiedentlich Stimmen gehört. Ja, ich war von Anfang an da, ich war schon ziemlich früh da. Und da fiel mir ein, ich gehöre eigentlich zu den Gründungsmitgliedern des CLC. Da passte das Catering noch in drei Papiertüten rein. Ich war vor Zukunft Personal vor ein paar Tagen. Ich würde nie wieder auf diese Messe gehen. Es ist ein reines Fishing for Customers. Also es ist schlimmer als auf dem türkischen Bazaar mittlerweile. Wobei, ja klar, es ist ein Haifischbecken mittlerweile. Es hat aber nichts mehr mit qualitativ oder mit dem Swirl zu tun, wie hier jetzt. Sondern es ist rein nur noch irgendwie eine Verkaufsanstaltung. Brauche ich nicht. Ich brauche keinen Startup, der mir erklärt, was Blended Learning ist. Am meisten beeindruckt hat mich meine letzte Session. Das war die Vorstellung eines Barcamps in einem Unternehmen bei SAP. Und vor allem, dass die das selbst in die Hand genommen haben. Also sich überlegt haben, brauchen wir da einen erfahrenen Barcamp-Moderator oder nicht. Oder können wir das aufgrund unserer eigenen Teilnahme gestalten. Das haben sie dann für sich entschieden. Und haben offensichtlich von den Berichten her eine ganz tolle Barcamp-Erlebnis gehabt. Zu einem Thema, das mich auch interessiert. Machine Learning. Das hat wunderbar funktioniert. Und ist für mich nur so ein Indiz, dass man sich vielleicht auch ein bisschen trauen sollte, trauen muss, auch mal was Ungewöhnliches im Unternehmen anzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt ganz ungewöhnlich für SAP war, die natürlich auch viel probieren müssen, denke ich, wenn sie was entwickeln. Aber das ist mir schon hängen geblieben, dass das Format für viele Dinge gut ist und man es einfach mal ausprobieren müsste. Also all die guten Dinge, die ich auch hier erwartet habe. Viele nette Leute wieder getroffen, tolle Gespräche geführt, viel Austausch, Networking. Gerade das Informelle ist eigentlich auch für mich der Anlass, immer wieder hier hin zu kommen. Also grundsätzlich muss ich erst mal sagen, ich bin jetzt das zweite Mal hier. Ich bin wirklich sehr begeistert in Anbetracht der Anzahl der Leute, wie das trotzdem gut funktioniert. Also mit Abstand das größte Barcamp, was ich kenne. Und dafür läuft es wirklich super. Inhaltlich, so für meine Tätigkeit, habe ich schon das eine oder andere auch so mitnehmen können im Hinblick auf Barcamp. Also jetzt mal ein großer IT-Anbieter aus Deutschland hat über sein internes Barcamp erzählt, wie sie da vorgegangen sind, was sie da gemacht haben. Das hat sich sehr, sehr gut eigentlich mit meinen persönlichen Erfahrungen bei meinem Ex-Arbeitgeber gedeckt. Jetzt haben wir das im nächsten Frühjahr für meinen aktuellen Arbeitgeber vor. Also da noch mal so ein paar Sachen mitgenommen. Dann zum Thema Agilität von Heinz Eretkamps, diesen Aspekt Agilität ins Thema Lernen, in das Thema Lernorganisation hineinbringen. Da kam noch mal ein völlig neuer Impuls für mich, der wirklich so überhaupt noch nicht existiert hat. Und das ist das Tolle, was ich eigentlich bei allen Barcamps, an denen ich bis jetzt teilgenommen habe, hier Corporate Learning Camp, aber auch Knowledge Camp, dass ich tatsächlich nach Hause komme mit etwas, was ich vorher noch nie in der Form gesehen, gehört habe. Das hat sich schon am ersten Tag bestätigt. Wie war das bei dir? Was hat dich heute am meisten beeindruckt? Die vielen Ideen, die da sind. Also das heißt auch die Auseinandersetzung mit zu gucken, wie sehen das andere Leute. Also wir haben, denke ich, an vielen Stellen die gleichen Probleme oder die gleichen sind auf dem Weg, müsste man eigentlich sagen, und gucken jetzt, wie kriegen wir das am besten hin. Und da gibt es sehr viele Ideen, auch Richtungen. Und für mich ist das so, zu gucken, was sind die Richtungen, die wir gut gebrauchen können, an unserer Stelle in unserem Unternehmen oder in unserem Weg dahin, zu einer digitalen Welt zu kommen. Am spannendsten fand ich den Workshop mit der Videobearbeitung am Handy. Ganz viele tolle technische Tipps und Tricks. Das war ganz toll. Spannende Impulse beim Thema E-Learning, Blended Learning. Das waren für mich die Highlights heute. Ja, was bleibt hängen. Es sind wieder, ich bin jetzt das zweite Jahr hier und es sind wieder ganz gemischte Themen und es ist doch immer wieder in jeder Session wieder was dabei, was einen wieder rausreißt. Also die Framing-Geschichte fand ich total toll und ich interessiere mich da mehr wirklich so für die Querdenkansätze. Also die Standardthemen, die haben wir mittlerweile so ganz gut sortiert und da gibt es immer wieder Überraschungen. Das finde ich total toll. Auch ja, ich finde das immer spannend, wie sich die Gruppe dann entwickelt und manchmal ist auch das Thema, wo man eigentlich denkt, ah, okay, das verbirgt sich dahinter dann gar nicht das Ziel oder gar nicht der Weg, wo sich dann letztendlich die Gruppe hin entwickelt. Das finde ich immer sehr spannend, das so mitzuerleben und auch teilweise dann selbst mitzugestalten. Sehr schön. Dankeschön. Was nimmst du von heute mit? Also besonders inspirierend fand ich so die Praxisbeispiele. Wirklich was funktioniert, was funktioniert nicht und dann gegenüberzustellen, was hat da vielleicht der eine anders gemacht als der andere. Hast du ein Praxisbeispiel noch in Erinnerung? Social Learning. Bei einer Firma gab es Multiplikatoren, die haben das super gemacht und es ist Bombe eingeschlagen. Und bei der anderen Firma haben sie es auch versucht und es hat nicht funktioniert, weil es vom Vorstand nicht so gewollt war oder nicht durchgesetzt wurde. Okay, schönen Dank. Dein Eindruck von heute, was nimmst du mit? Also ich habe heute sehr viele interessante Sessions erlebt und muss sagen, das zweite Barcamp für mich bei euch und ich finde die Eigendynamik, die sich dabei entwickelt, finde ich immer ganz klasse. Also das ist einfach nichts geplant ist, aber doch so viel Input dabei rüberkommt. Also das finde ich eigentlich ganz toll. Herzlichen Dank für eure vielen Inputs. Ich bin schon noch dran. Hier war ich drauf und da bin ich schon drin. Ja, du bist schon drin. Ja, ja, genau. Okay, danke. Ich bin ein Vortrag da. Ja, ja. Nächstes Schritt? Ich glaube, das haben wir ja noch, wa? Super. Wir haben den Punkt geschuldet. Nadine, du hast ja dich sehr intensiv engagiert bei unserem Corporate Learning 2025 Mookathon. Du warst auch mit dabei, am Hackathon alles zusammenzufassen. Das war ja viel Arbeit, aber ich habe so den Eindruck, du hast es auch ein bisschen genossen. Das war irgendwie positiv für dich. Heute sind wir beim Corporate Learning Camp hier und du hast schon wieder so viel positive Energie aus. Wie kommt es? Genau. Also mir geht es einfach so, dass ich jetzt schon weiß, wenn ich morgen Abend heimfahre, bin ich total beschwingt. Weil es bei diesen Veranstaltungen für mich möglich ist, wirklich tolle Menschen kennenzulernen, obwohl es eine Business-Ebene ist, wunderbar mit denen ins Gespräch zu kommen und auch eine sofort vertrauensvolle Atmosphäre zu haben. Und das ist was, was ich ganz besonders finde und was ich irgendwie jedem meiner Kollegen gönne, das einfach mal zu erleben. Und es gibt Leute hier, die ich jetzt zum wiederholten Mal treffe, eigentlich immer in einem Business-Kontext, die ich zur Begrüßung umarme, wo das ganz normal ist, dass man sich umarmt, weil man schon so ein Vertrauensverhältnis irgendwie aufgebaut hat, obwohl es nur um fachliche Themen geht. Oh ja. Und das hat mit dem Camp zu tun oder mehr mit dem Mookathon oder worauf führst du es zurück? Und ich führe es darauf zurück, dass, also ein großer Faktor ist für mich, dass man sich sofort duzt. Das ist für mich was, was irgendwie besonders ist und was irgendwelche Hürden wegnimmt. So richtig erklären kann ich mir das auch nicht, aber es sind auf jeden Fall gleich Hürden weg. Und der andere Faktor ist, dass halt alle auch so selbstmotiviert sind. Also ich würde mir dafür genauso Urlaub nehmen, das ist es mir wert. Und es sind ja auch viele hier, die extra dafür Urlaub genommen haben. Und das Engagement im Mook, das habe ich auch in meiner Freizeit gemacht. Und das Schöne ist aber, dass man halt so viel Feedback bekommt. Und man bekommt auch Feedback, wo man sagt, hey, das könntest du noch verbessern, aber es ist nie blöd. Und ich habe jetzt kein einziges Mal in den ganzen Wochen, wann ging es los, im März oder so ging es los, irgendein Feedback bekommen, wo ich mich irgendwie verletzt gefühlt hätte oder mir gedacht hätte, ja, okay, jetzt halte ich lieber meinen Mund oder so. Sondern es war jetzt immer so, dass ich mir gedacht habe, ja, verdammt, habe ich nicht dran gedacht, hat er recht oder so. Also das war immer total konstruktiv. Und das ist auch was, was ich für mich mitnehme, dass ich sage, ich kann vielleicht jetzt auch konstruktive anderen Kollegen Feedback geben. Also mal schauen, ob es funktioniert, aber so wäre mal mein Ansatz, dass das klappt. Herzlichen Dank für dein schönes Statement. Sehr gerne. Herzlichen Dank.